Ein herzliches Willkommen an unserem Oberbürgermeister von Nürnberg, Dr. Ulrich Mahli. Guten Tag, Herr Dr. Mahli. Herr Dr. Mahli, Spielwarenmesse in Nürnberg ist jedes Jahr ein ganz großer Termin, oder? Ja, es ist eine Messe, die verschiedene Kriterien in sich vereint, die es in der Kombination kein zweites Mal gibt. Traditionsveranstaltungen, höchste Internationalität, sympathisches Produkt, mit dem sich jeder identifizieren kann. Und es macht eine Mischung aus, die auch die Stadt eigentlich geprägt hat. Die erste wirklich internationale Veranstaltung in der Nachkriegszeit war die Spielwarenmesse. Früher, als es keine Hotels gab, haben die Menschen die Messegäste dann in ihren Gästezimmern übernachten lassen. Und es verbindet eine Stadt mit einer Messe in einem Ausmaß, wie es bei kaum einer anderen Veranstaltung tatsächlich der Fall ist.